Gran Alicante liegt im Süden Valencias und ist nur 15 Minuten vom internationalen Flughafen von Alicante entfernt. Gran Alicante ist ein beliebter Urlaubsort im Süden der Provinz Alicante. Die meisten Feriensiedlungen stehen in den grünen Flächen von Santa Pola, gleich zwischen dem Carabassi-Strand und den Bergen. Die Tabarka-Insel, einst Rückzugsort der Berber-Piraten und der Nationalpark Las Salinas, sind lohnende Ziele für einen Ausflug. Das mediterrane Klima beschert der Region frühlingshaftes Wetter das ganze Jahr hindurch, mit einer Durchschnittstemperatur von 18 Grad. Gran Alicante hat ca. 10.000 Einwohner, wobei der größte Teil Ausländer sind. Ein überwiegend ruhiger Ferienort das ganze Jahr hindurch. Ein weiteres Highlight, das man in jedem Fall besuchen sollte, sind die Sanddünen von Carabassi. Der Hauptstrand von Gran Alicante mit feinem Sand ist sehr gepflegt und das türkisfarbene klare Wasser lädt zum Baden ein. Ein Hotspot für Wassersportler. Hier gibt es zahlreiche Kitesurfing- und Windsurfing-Schulen, die das ganze Jahr hindurch Kurse anbieten. Die Ferien-Siedlung liegt ca. 100 Meter über dem Meeresspiegel und bietet eine fantastische Aussicht auf das Mittelmeer. Der elegant designte Komplex verfügt über sämtliche Annehmlichkeiten und ein großes Shoppingcenter. Gran Alicante ist das ideale Reiseziel für alle, die in einer gepflegten und natürlichen Umgebung die Sonne Spaniens genießen möchten. Musik Musik Bis zum nächsten Mal.